so kleine demo der raum ist mit rollo ist aber nicht vollständig abgedunkelt also man kann noch gut sehen projekte an der decke montiert der beamer selber hat einen kleinen fehler lassen wir noch kurzes bisschen laufen hier der hat einen kleinen fehler es gibt einen weißen pixel der ist hier der ist dauerhaft weiß der fällt aber eigentlich so nicht wirklich auf aus einem normalen betrachtungsabstand sieht man den nicht und die leinwand hat zwei minimale kleine risse die sind fast unmöglich zu erkennen ich muss selber immer wieder suchen wo ist es denn da muss man schon direkt davor gehen um was erkennen zu können da da ist eine fast unmöglich nachkommen brauchen wir licht jetzt sieht man hier sieht man wirklich nur wenn man direkt davor steht und dann ist noch einer da ich habe keine ahnung wie die reingekommen sind wie gesagt sobald man auch nur den geringsten abstand hat sieht man die nicht mehr genau die lampe im beamer ist fast neu schauen wir mal schnell ich bin selber noch gar nicht geguckt 999 stunden hätte jetzt nicht gedacht und es ist aber noch eine komplett neue lampe dabei hier neue original verpackte lampe in reserve also die letzte lampe hat knapp 6000 stunden gehalten das ist jetzt die zweite die drin ist ja